Deine Rohre sind so verstopft, dass nicht mehr Wasser durchfließt? Keine Sorge! Mit dem Rohrreiniger von Kaiser Rhein wird euer Abfluss wieder ganz normal funktionieren. Der muss nicht verdünnt werden, sondern kann direkt in den Abfluss gegeben werden. Bei leichten Verstopfungen wie diesen braucht man noch nur 50ml des Rohrreinigers. Dann lässt man das Ganze 15 Minuten einwirken und spült es dann mit heißem Wasser ab. Und hier in der Badewanne könnt ihr sehen, das Wasser fließt endlich wieder ohne Verstopfungen ab. Damit kann man sich langes händisches Putzen also wirklich sparen und sogar meine Mama war komplett überzeugt. Also lasst euch auch überzeugen und holt ihn euch bei Kaiser Rhein.